Das ist der Mond. Und vor dem Mond sind Wolken, die ziehen an ihm vorbei. Hier in Kroatien, in Bielovar, ist es so hell, dass man aus den Feldern Fußball spielen könnte. Das ist verrückt. Und jetzt ist es nach 10 Uhr, also 22 Uhr. In der Nähe des Mondes ist Saturn oder was auch immer. Nein, nicht Saturn, Jupiter, glaube ich. Das ist verrückt. Also das ist nun der Mond. Und der ist hell. Und diese Wolken vor ihm nicht werden. Das ist verrückt.